Hallo Leute, ja wir sind hier an der Nordküste, würde ich jetzt sagen. Ich mache mal gerade die Karte auf, dann seht ihr das. Wir haben hier unser Zwischenlager und wir sind jetzt hier oben. Wir haben hier das Kupfer um der LKW hin. Dann sammeln wir das Kupfer nach dem Logo ein und dann geht es mit dem Schiff wieder zurück. So, da ist das Kupfervorkommen. Das wollen wir jetzt holen hier. Da fängt es an zu frieren. Das ist doch Kupferherz. Ich trage schon wieder zu viel. Ich trage immer noch zu viel. Wie haben wir denn? 301. Ich habe aber nichts, was ich jetzt wegtun könnte. Das heißt, wir können damit nach Hause gehen. Gut, dann schauen wir mal zu, dass wir zu unserem Schifflein kommen, das hier unten auf uns wartet. Und dann geht die Reise los. Ich könnte etwas Essen zertragen, ja. Dann machen wir das doch mal gerade. Was fehlt uns? So, Gesundheit und Ausdauer haben wir jetzt dazu gekriegt. Jetzt müssen wir mal in die Richtung da. So, jetzt haben wir auch schon einen Bind, der uns dann dahin bringt. Und Rückenbind ist am besten, oder wie war das? Hier ist dieses Ende, Lenz End, und da ist diese kleine Insel. Da fahren wir drumherum und dann nach Süden. Und jetzt ist der Wind weg. Auf dem Hinweg bin ich hier durchgefahren, aber das war schon schwierig. Ich würde lieber außenrum fahren, glaube ich. Hier sind schon Stromschnellen, oder so was, wie man das nennen würde, Riffe im Wasser. Oder? Was ist das da vor uns? Da spiegelt sich die Sonne drin, hier in dem Stein. Der Mond, die Säufer-Sonne, ne? So, an Land. Und auf zum Lager. Ja, verstauen wir alles hier. Die ganzen Barren hier rein. Jetzt haben wir noch andere Sachen. Ich kann erstmal hier gerade loswerden. Das und das. Oh, hier sind sogar noch neun Kupfer dran, okay. Sehr interessant, aber hier fehlt es an Kohle, ne? Holz jetzt nicht dabei, ne? Noch ein bisschen noch mal was eingesammelt wohl. Gut, dann läuft das auch. Hier gerade Klamotten reparieren. Dann hier drinnen noch Klamotten reparieren. Können wir eigentlich was aufwerten? Naja. Feuerstein-Sperr. Da brauchen wir Stufe 5. Hirschfell-Umwand können wir nehmen, aber... Achso, da braucht man noch Knochen und Hirschfell. Das haben wir doch hier, oder? Guck mal, dann können wir den Umwand doch aufwerten. Hey, guck mal, wie schick der aussieht. Achso, den haben wir jetzt nicht an, oder was? Ah, doch nicht schicker geworden. Ich dachte, der wäre schicker geworden, aber das war der andere Panzer. So, das wieder zurück. Knochen auch zurück. Was mit Essen. So, den Fisch, den müssen wir vielleicht kochen, oder sowas, ne? Schatz brauchen wir gerade nicht. Hier ist noch... Nichts Besonderes. Hier drinnen haben wir erstmal alles. Hier kommen die Augen rein. Jetzt müssen wir noch den Fisch schauen, was wir mit dem machen können, ne? Können wir den kochen? Oh, Fisch. Okay, da finden wir noch einen Barsch. Ach nee, da kann man trotzdem rausfinden. Und wo ist das jetzt? Achso, da ist er. Ja, und den können wir fermentieren, oder wie war das? Oh nee, den können wir hier garben. Aber es regnet gerade, und deswegen können wir ja nicht kochen. Und schmeiß den gerade da rein. 13 Portionen sind das, okay? So, haben wir erstmal alles hier erledigt. Was müsste man denn hier reinschmeißen, damit wir was zum Fermentieren kriegen? Die Mähtmenschung. Was haben wir hier? Beerenmarmelade. Himbeeren und Blaubeeren. 14 Ausdauer, 40. Die sollten wir mal machen. 8 und 6. Gucken wir mal gerade, ob wir das haben. Ne, das war falsch. Hier ist Essen. Haben wir wohl da. Dann kochen wir gerade Marmelade ein. Ja, Marmelade, äh, 8 Erdbeeren und nicht 7, shit. Oder Himbeeren sind es ja, ne? Hier wird ja wohl irgendwo gerade eine Erdbeere sein, oder? Hier sind sie. So, jetzt aber. So, jetzt können wir die Blaubeeren wieder weglegen. Die kamen hier rein. Erledigt, ne? Können wir hier noch was aufwerten? Nein, ne? Da müssen wir auf Level 5. Das geht nicht. Da müssen wir auf Level 5. Und den Feuerstandssperr könnte man hier aufwerten. Brauchen wir aber nicht. So, was war draußen? Ah, Kohle. So, passt. So, können wir hier was aufwerten. Level 3, Level 3, Level 3, Level 3. Wie kriegen wir hier Level 3? Benötigt Ausbaustufe. Trophäen, okay, da sehen wir noch was. Was haben wir hier noch? Fertigkeiten. Und hier haben wir Schaden. Hier sind die Geschichten. Brauchen wir nicht. So, da haben wir einmal das, einmal das. Da können wir wieder Bronze mitmachen, ne? Bronze Schwert, Bronze Speer. Bronze Faustschild. Haben wir schon eine Bronze Spitzhacke? Ja, ne? Streitkolben hat. Lockrüstung, HAUN 35. Haben wir den Bronzer Helm schon? Ne, das ist ein Lederhelm. Jetzt sollten wir den mal machen. Zwei Leder müssten wir eigentlich drinnen haben, ne? Achso, lass uns hier erstmal... Achso, haben wir gar nicht mitgenommen. Ich trage zu viel, ja, ja, genau. So, jetzt haben wir noch 18 davon über. Da, achso, die müssen wir vielleicht mitnehmen, ne? Und die wegtun. Nimm die auch mal mit. Mal gucken, was wir daraus basteln können. Bronze Nägel können wir 20 machen. Lass uns gerade das Leder holen. Weiß jetzt nicht welches, wir nehmen mal dort beides. Ich meine, es hier ist, aber kann auch was anderes gewesen sein. Bronzener Beinschutz. Den haben wir schon. Aufwerten können wir nix. Level 3, Level 3, Level 3, Level 3, alles Level 3. Bronzer Helm können wir jetzt machen. Den haben wir. Brust Panzer haben wir. Das heißt, wir können jetzt den Helm herstellen. Der Lederhelm hatte Rüstung 6 und der hat Rüstung 8. Gut. Könnte man auch noch die Bronze herstellen hier. Oh, den können wir mit 3 Messing aufwerten noch. Aber da müssen wir erst hier rausholen, ist Sinn. Ich trage wieder zu viel, ja. Gucken, wie wir da rauskriegen. Nicht genug auf jeden Fall. 3, da haben wir nur die Hälfte von. Gut. Ist da noch was rausgekommen, aber da könnte noch was rauskommen, wenn wir denn... Und wir müssen gucken, dass wir jetzt Holz haben. Das ist voll. Ich gehe erst wieder rein. Ne, umgekehrt da rein. Da rein. Und wir müssen gucken, dass wir jetzt Holz haben. Jetzt ist das das falsche Holz, ne. Das Kernholz. Zum Bauern verwendet. Und hier muss. Ne, geht doch. Ich wollte schon gerade sagen, kann ja nicht wahr sein, oder? Gut. Das kommt da rein. Erledigt. Alter Kram. Ist hier, da kommt der rein. Ich habe ja nur eine Kohle jetzt gehabt, ne. Naja, die anderen werden schon fertig werden gleich. Das Leder hier wieder rein. So, passt. Die Nägel können draußen hin. Wir bleiben jetzt hier. Nehmen wir mit. Ist schon Kohle fertig? Ja. So, was haben wir auf dem Lingenz? Die Abholz. Wir brauchen noch einen Eisenbahn, damit wir was machen können. Da ist er. Jetzt können wir, glaube ich, einen bronzenden Lingen hier bauen. Naja, vier brauchen wir noch zwei. So, ne, warte mal. Die können weg. Ich glaube, so rum war es, ne. Jetzt nochmal gerade gucken. Ja. Können wir gerade den Honig hier rausholen, ne. Das Feuer brennt schon. Na. Machen wir mal anders. Ach, Mann, Honig war da drinnen. Und so war erst einer. Und hier schen wir das Feuer aus. So, jetzt haben wir den. Okay, bronzenägel brauchen wir jetzt nicht. Jetzt können wir hier was aufwerten und zwar unseren Bronzerhelm. Rüstung 10 kriegt der dann. Dann müssen wir den wieder anziehen. So, jetzt Bronzerhacke. 3, Helm 3, 3, 3, 3, alles 3. So. Haben wir es erst, würde ich sagen, ne. Dann machen wir hier einen Cut. Oh, guck mal, da haben wir viel zu viel davon gehabt. Weiß auch nicht, warum jetzt. Egal. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf einer Kanäle teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.